Hallo, mein Name ist Nina Strempfel. Ich bin seit April 2021 bei der Salzburg AG als Head of Digital Business und wir sorgen dafür, dass die Kunden bei uns eine gute Nutzererfahrung haben. Wir sind ganz, ganz bunt aufgestellt, de facto. Bei uns arbeiten Leute, die haben einen klassischen Software-Development-Hintergrund. Manche sind von der Industrial Design-Schiene zu uns gekommen und wieder andere haben BWL studiert und wir sagen dazu immer ganz neu deutsch You hire attitude, not skills, because you always can train skills. Und das ist eigentlich der Punkt. Es geht darum, dass man auch diesen Zug zum Tor, nenne ich es, haben will. Man möchte mitmachen, man möchte diese neue Technologie mittragen und auch neue Produkte gestalten. Und wenn man, wenn man das möchte, dann ist man, glaube ich, bei uns richtig. Hallo, ich heiße Maria de Lourdes und komme aus Mexiko. Ich arbeite seit zwei Monaten bei der Salzburg AG als Customer Experience Manager in der Abteilung Digital Business. Was ich sehr spannend an meinem Job finde, ist das Erstellen von Kundenumfragen, um ihre Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen herauszufinden, sowie das Sammeln dieser Informationen und das anschließende Auswerten. Ich arbeite mit diversen Programmen, hauptsächlich mit Miro, Illustrator, Photoshop und Microsoft Teams. In der Abteilung Digital Business werden Produkte entwickelt, Daten gesammelt, die Kundenzufriedenheit gefördert und der Markteintritt geplant. Wir haben tatsächlich Produkte wie zum Beispiel die MyFlexBox, die wir entwickelt haben. Ganz ein spannendes Projekt, ein bisschen weiter weg auch von dem Kerngeschäft der Salzburger AG. Das ist ein Smart Locker System. Wir entwickeln auch so etwas wie Energy Communities. Das ist auch ganz spannend, weil wir alle können quasi zur Energiewende beitragen dadurch, dass wir selbst Energie erzeugen mit PVs auf dem Dach und dass wir dann das auch teilen. Bei Digital Business dreht sich alles um den Kunden und seine Bedürfnisse. Für mich persönlich das Spannende ist, dass wir uns mit Green Tech Themen beschäftigen. Ich finde, das hat eine irrsinnig starke Sogkraft heute, weil es einfach in aller Munde ist. Wir müssen das Klima schützen. Wir müssen uns Dinge überlegen, wie wir morgen einfach auch nachhaltiger sein können und mit welchen Energien wir unsere Heizungen betreiben, unser Warmwasser etc. Und wir denken darüber nach, was für Technologien das sein können. Und das finde ich einfach super cool. An meinem Job liebe ich, dass ich mich ganz auf die Kunden konzentrieren darf und Lösungen für ihre Wünsche und Bedürfnisse finden kann. Wenn Sie Interesse an einem Job beim Green Tech Unternehmen Salzburg AG haben, bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. www.ssee-garriere www.salzburg-ag.at.